Giacomo Vazetti, der Schnee ist gerade hoch, was bedeutet das für dich? Wie war die Vorbereitung bis jetzt? Bist du zufrieden? Was sind deine Ziele für die nächste Saison? L'obiettivo principale sind die Mundiali Andre 23 in Amerika, in Salt Lake City. Sì, wir werden da. Du bist Teil des Helvetia Team, aber was bedeutet das für dich? Für mich ist es ein großes Honore. Es gibt auch eine Motivation. Es ist eine schöne Sache. Vielen Dank.